Wir stehen jetzt vor der mächtigen Turmfassade des Stiftes St. Florian mit ihren zwei mächtigen Turmen. Auf der linken Seite ist die größte historische Glocke Österreichs, die sogenannte Angstglocke oder auch Prälatenglocke des Stiftes. Die hat ungefähr um die 8 Tonnen und auf der rechten Seite sind auch elf historische Glocke, die älteste von 1318 und die jüngste von 1999.